Ein Teil der Awaren aus dem Gebiet des heutigen Kaukasus, aus dem Gebiet irgendwo in der Region des Alasani-Tals, in den damaligen griechischen Chroniken auch als Khmeria bekannt, und die königlichen Sküten zogen zu Beginn des ersten Jahrhunderts nach Christus nach Nordosten, dann erreichte ein Teil von ihnen das Gebiet des heutigen Alte und der nördlichen Mongolei. Dann, im ersten Jahrhundert, befanden sich die Türken und noch mehr die Mongolen nicht in diesen Gebieten. In diesen Gebieten lebten damals isoliert voneinander Jenesen und Tungutsstämme, ihre genetischen Verwandten waren übrigens damals die Indianer Amerikas, die einst durch die Beringstraße getrennt waren. So kamen die Vorfahren der modernen Awaren, die in griechischen Quellen gleichzeitig als Khmeria oder Sküten bekannt waren, dorthin, in diese Region, und gründeten dort den Hunu-Staat, in dem 90% der Bevölkerung aus lokalen Tungutsienisai-Völkern und 10% aus den herrschenden Clans der Awaren, den sogenannten königlichen Sküten, bestanden. Dementsprechend kam es über mehrere Jahrhunderte gemeinsamen Lebens zu einer Vermischung. Allerdings muss man auch verstehen, woher der Name Xiongnu kommt und warum die königlichen Sküten diesen Namen für ihren neuen Staat wählten, den sie 6000 Kilometer von ihrer kleinen Heimat, dem Kaukasus, gründeten. Kunuk, so hieß einer der Söhne Lekans, der vor mehr als 2000 Jahren im Kaukasus die Stadt Kunzak gründete. Am Tag, als Hunuk geboren wurde, starb der Prophet Noah. Zum Zeitpunkt seines Todes bestand seine gesamte Gemeinschaft aus etwa 20.000 Mitgliedern seiner Familie. Das Neugeborene wurde Hunuk genannt, was in der Übersetzung aus dem Ava so klingt. Geboren am Tag von Noahs Tod